Willkommen in diesem B-Max Titanium Automatik. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen Spiegel sind elektrisch verstellbar. Schiebetüren bieten besonders leichten Einstieg. Ohne lästige B-Säule gelangen sie in den Wagen. 16 Zoll Leichtmetallräder sehen schick aus. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze sind sehr bequem. Fußmatten gibt es bei uns dazu. Der Wagen schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags und der heizbaren Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage hat auch einen Pollenfilter. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesen B-Max Titanium Automatik werden Sie noch viel Spaß haben. Kommen Sie doch einfach mal vorbei und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Ihren Besuch. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Okay. 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 Okay.